Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Fast zwei Wochen sind vergangen, seit die Invasion Russlands in der Ukraine begonnen hat. Für die Menschen dort ist nichts mehr, wie es einmal war. Erste Städte wurden von der russischen Armee eingenommen. Mehr als zwei Millionen Menschen sind ins Ausland geflohen und wohl Tausende getötet worden. Keine Frage, Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine historische Zäsur der Geschichte. Sie bedroht Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in ganz Europa. Mir geht es angesichts der furchtbaren Bilder von Tod und Zerstörung, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, nicht anders als euch. Ich fühle mich absolut ohnmächtig gegenüber dem russischen Präsidenten Putin, der zu allen entschlossen scheint und möglicherweise mehr will. Und ich weiß, gerade jetzt gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, sich nicht provozieren zu lassen und im Interesse Bayerns bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Unsere Reaktion auf den Bombenhagen in der Ukraine entscheidet darüber, ob das 21. Jahrhundert den liberalen Demokratien gehört oder ein Comeback brutaler Autokratien folgt. Deshalb hat die Freiwähler-Landtagsfraktion bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn einen Zwölf-Punkte-Plan entwickelt. Darin erklären wir, dass wir uneingeschränkt zur Ukraine, ihren demokratisch gewählten Regierungen und ihren Menschen stehen. Wir fordern eine rasche Stärkung der heimischen Verteidigungsfähigkeit. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind ein guter Anfang, dem aber weitere Schritte folgen müssen. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wollen wir die Widerstandsfähigkeit Bayerns stärken. Besonders im Bereich der heimischen Wirtschaft und ihrer Lieferketten, der Lebensmittel und der Energieversorgung. Wie wichtig das ist, hat anfangs der Woche die IHK München ausgerechnet. Allein um die russischen Gasimporte zu ersetzen, bräuchte Deutschland 35.000 Windkraftanlagen oder 50 Atomkraftwerke. Ein Lieferstopp würde die bayerische Wirtschaft ins Markt treffen. Was können wir also tun? Hier und jetzt angesichts der schnellsten und größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Antwort lautet, zuallererst einmal die Flüchtlingskrise bewältigen, denn in den nächsten Wochen und Monaten werden hunderttausende Ukrainer zu uns kommen, vor allem Frauen mit ihren Kindern. Sie haben alles verloren, benötigen eine Unterkunft, Verpflegung, ärztliche Hilfe, Sprach- und Integrationsangebote, Unterstützung bei Behördengängen und noch viel mehr. Außerdem müssen wir die Kapazitäten unserer Kitas und Schulen aufstocken, um viele Kinder und Jugendliche zusätzlich aufnehmen zu können. Darauf bereitet sich Kultusminister Michael Piazzolo derzeit intensivst vor. Die neue Dimension der europäischen Flüchtlingskrise werden wir nur in den Griff bekommen, wenn wir aus den Fehlern der Jahre 2015-16 lernen. Wenn wir die verbleibende Zeit nutzen, um eine bessere Koordinierung der deutschen Flüchtlingspolitik sicherzustellen. Wenn unsere Kommunen zur Bewältigung dieser Herausforderungen massive finanzielle Unterstützung erhalten, vor allem durch den Bund. Als Brückenbauer in Europa ist Bayern bereit, in dieser Notlage schnell, unbürokratisch und mitmenschlich zu helfen. Eine Mitmenschlichkeit, die viele Bürgerinnen und Bürger gerade aktiv leben. Etwa indem sie Hilfstransporte nach Osteuropa organisieren, Geld an wohltätige Organisationen spenden oder ukrainische Flüchtlinge spontan in ihre Wohnung aufnehmen. Ein herzliches Dankeschön für eure großzügige Unterstützung in dieser für uns allen noch vor kurzem unvorstellbaren Lage. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.